Das Open-Source-Universum ist riesig und von außen kaum zu durchschauen. Das OSS Directory schafft den Überblick, denn es ist nicht nur ein Anbieterverzeichnis, sondern ein Netzwerk der wichtigsten Themen rund um Open-Source-Software. Es zeigt, wie im Open-Source-Universum die Softwareprodukte, Anbieter, Nutzer, Success-Stories und viele weitere Elemente miteinander verbunden sind. Du findest also nicht nur Produkte und Dienstleistungen von kompetenten Anbietern, sondern Zusammenhänge zwischen den Elementen im Open-Source-Universum. So kommst du schnell an alle relevanten Informationen. Wenn du beispielsweise ein neues Open-Source-CMS suchst, ist das OSS Directory der richtige Ort. Du findest die unterschiedlichen CMS-Produkte und kannst sehen, welche Firma für welche Kunden eine Lösung implementiert hat. Die Implementierung eines Open-Source-Produkts ist in den Success-Stories dokumentiert. Wie war die Ausgangslage? Was war das Ziel? Und wie wurde es erreicht? Welche Herausforderungen traten auf? Und wie wurden diese gelöst? Auf dem neuesten Stand bleibst du mit den Top-News oder durch den Newsfeed mit Infos über zahlreiche Open-Source-Projekte. Falls du es genauer wissen willst, findest du fachspezifisches Open-Source-Know-How in Fachbeiträgen, Publikationen und Forschungspapers. Lasse dich vom Wirken der Open-Source-Communities inspirieren und starte deine eigene Reise zu Events oder mit einem neuen Job, bei dem du deine Open-Source-Skills anwenden kannst. So findest du im OSS Directory die gesuchten Informationen zu deinen Fragen rund um Open-Source-Software. Und du kannst selber neue News-Beiträge erstellen, Open-Source-Produkte erfassen und Success-Stories schreiben und so Klarheit in das Open-Source-Universum bringen. Probiere es aus auf www.osss-directory.com